An- und ausgezogen muss die Mode sein, nicht zu wenig, nicht zu viel. Ob sie große Damen oder sind ganz klein, Mode ist ihr aller Stil. Mal ein dickes Hütchen, mal ein Karrenrad, je nach Laune, ohne Zweck. Selbst die größte Torheit duldet keinen Rat, Mode setzt sich rüber weg. Das ist so, das bleibt so, denn es war von jeher so. Und kein Mann macht was dran, was heu, was du da sagst. Hör doch auf! An- und ausgezogen muss die Mode sein, nicht zu wenig, nicht zu viel. Diese beiden Rahmen strecken nur die Rahmen, die sich heilig ist gefühlt. Ja.